Willkommen zu einem kurzen Fienchen-Update. Wir haben ja Fienchen bereits gekauft und letzte Woche haben wir Fienchen auch mal ausgeführt, auf die Nordwandtrasse ein paar Fotos zu schießen und um den Kasten vorne zu vermessen für das Design. Das Design soll in der nächsten Woche entstehen, außerdem müssen wir ein paar Details klären, was den Verleih angeht und wir sind aber optimistisch, dass Anfang April der Verleih starten könnt und dann könnt ihr Fienchen endlich ausleihen.